Bürgermeister Thomas Bayer bietet am 10. Februar von 14 bis 16 Uhr eine telefonische Sprechstunde an. In dieser Zeit haben Interessenten die Möglichkeit, ihr Anliegen mit dem Bürgermeister zu besprechen. Anmeldungen hierfür müssen bis zum 5. Februar telefonisch oder per E-Mail im Büro des Bürgermeisters erfolgen. Ansprechpartnerin ist in diesem Fall Katrin Schulz.